Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hexit und wir waren hier stehen geblieben. Wir haben gerade diese Mini-Dungeon-Dinger gemacht und dann noch ein paar Bären gekillt und waren gerade da drüben bei dem Stonehenge-Dingens. Und jetzt wollten wir den Battle Tower machen und alles läuft soweit, wunderbar. Flieg! Oh, die lassen echt gute Sachen da. Mal sehen, was man daraus alles machen kann. Das werden wir zu Hause alles genauestens untersuchen. Gut, und hier gibt es einen gigantischen Battle Tower aus Stein. Den hatten wir aber auch noch nicht gehabt, so richtig. Ah, hallo. Creeper-Spawner wären hier mal nett, aber naja. Oh nein. Der kommt weg und der kommt weg. Dieses Zombie-Fleisch auch immer. Ja, noch nicht gut hier, außer Pfeile. Oh, jetzt geht es aber los hier. Der Kampf-Battle-Dubstep. Was lief denn da gerade um ihn scharf? Oh. Oh. Der halbe Päde und der Päde. Oh, die sind zu Besuch gekommen, aber bringt ja leider nichts. Oh, hier. Ach so, jetzt können wir wieder essen. Ich bin mir nicht sicher, wie viel diese Lecks bringen, aber man kann ja essen, wann man will. Das ist ja so gut wie tödlich hier, ein Schlag. Und ja gut, nicht ganz. Zack. Oh. Der hat aber viel gedroppt. Alter. Erstmal durchsuchen hier. Wie denn, Schokopedia? Boah, wie viel Zeug haben wir jetzt eigentlich davon? Ach du Scheiße. Wie viel Eisen wir uns schmelzen können. Und wie viel Stahl auch mit den Kettenrüstungen und so. Oh. Zack, zack. So, die Spinne ist jetzt auch Geschichte. So, und weiter hier. Alter. Boah. Nein, Sticky. Äh. Ach so, das Schwert habe ich bestimmt schon wieder. Äh, äh, Schwert hätte ich gerne. Dankeschön. Boah, was ist denn hier los? Überall wird hier... Immer kriege ich Schaden von irgendwie so einem Scheiß. Und die Idioten da runterrasseln. Boah, oder der zum Beispiel. Echt gefährlich hier zu stehen. So. Wunderbar. Haben wir sie erledigt. Boah. Da fällt doch gleich wieder noch einer runter. Ich sehe ihn doch schon kommen. Oh, das können wir mitnehmen. Das hier, das hier. Das hier. Naja, das müssen wir eigentlich hier lassen. Ah, wir sind mal so frei und nehmen mal das Essen mit. Oh. Und wieder ein ungebetener Gast. So, weg mit dir. Ich möchte auch einfach... Ich höre jetzt ja schon wieder ein. Boah. So, hier Erde, da Erde. Besser gesagt, da Erde. So, jetzt mal kurz sortieren. Ein paar Minuten nehmen. Also ein paar Sekunden nehmen, eher besser gesagt. So, hier ist über ein Stack. Boah, ist das viel geworden, ey. Und das ist immer das Lustigste. Hau den Lukas für Arme und Beine. Ach, nee, nee. Oh, oh, oh. Ach, du Scheiße. So, das war's mit dem hier. Und mit dem hier auch. So, das war's mit dem Dorfbewohner-Zombie. Das war's mit herrkopflos. Das war's mit herrkopflos. So, das können wir mitnehmen. Oh, Bottle of Enchanting. Können wir das noch verbrennen? Können wir da noch was machen? Igniter. Nein, wir haben ja genug von dem Scheiß. Erstmal hier in die Mitte. Und erstmal die Sachen wieder abgreifen. Bogen. Wir müssen echt mal Sachen loswerden. Dann zum Beispiel wie diese Scheißleitern. Tschüss. Und auf Wiedersehen. Sollte man die Leitern, die will ich jetzt mal loswerden. Und genau wie den Scheißstein. Oh, nein. Diese Cave-Spider sind hier oben. So, können wir alle mal bitte in Ruhe lassen. Ja, hier auch mal so eine Sicherheitsblockade machen. Ähm. Achso, die wollte ich eigentlich in die Kiste legen. Wie blöd. Ja, genau. Und halt auch ein bisschen sortieren. Aber erstmal... Ah, ich höre schon... Nein. Die sind auch immer so schlau und kommen dann direkt wieder runter. Ist noch nicht der Peder noch hier? Jo. Ähm. 56 wieder. Das freut mich ja auch. Ah. Blödes Ding. Hier ist der Müll drin. Aber gut, dass wir den nicht mal verballern konnten. Achso, ja. Hier war ja noch... Ich dachte schon, was war jetzt los? Oh. Uu. Bop, bop, bop. Scheiße. Man fällt hier aber auch verdammt schnell durch diese Löcher. Boah. Man kriegt echt Aggression mit diesen Kackviechern, wenn die durch die Löcher fallen. Das sollte doch komplett dicht sein. Aber das... Ich glaube, die Monster sind eher komplett dicht als der ganze Turm hier. So. Dankeschön. Ah. Tschüss aus dem Fenster. Oh. Grün Backpack. Noch einen. Tschüss. Steak, Pockchop, Bookshelf, Beanstalk. Boah. Das war's mit ihm hier. Boah. Das sind aber auch Sachen hier. Ja, Bett wollen wir ja behalten. Die können wir auch behalten. Den Bogen können wir wieder abgeben. Mal ganz schnell. So. Weiter geht's. Das ist echt unglaublich mit diesen Viechern. Ja, kommt bitte alle hier durch, wenn ihr mich gesehen habt. Da kommt das Skelett. Dankeschön. Da kommt das Skelett. Nein. Das ist ganz offensichtlich durch das Loch gefallen. So doof. Boah. Boah. Ah. So, der ist weg. Jetzt bitte keine Spinne von oben. Hier ist aber auch ein fettes Loch. Kein Wunder, warum die alle hier... Ach du Scheiße. Da nehmen wir mal alles mit. Aber den Bogen nicht. Schon wieder so ein Scheißbogen. Von diesem Looting haben wir das bekommen. Ich brauche Essen. So, was gibt's denn am besten zum Essen? Hier waren nur diese neun Steaks. Genau. Die bieten sich an. Oh, ich kann mal fast die Decke hochspringen. Ja, hier mal, um den Schattenbuck zu behalten. Der ist unsichtbar. Oh, der hat was Gutes gedroppt. Oh Gott, die Sachen flogen echt bis nach unten hin. Unglaublich. Was hat der denn da gedroppt? Ach, eine Sunflower Seed. Irgendwas gelbes war es jedenfalls. Oder was anderes, weil das Ding hatte ich vorher noch nicht gehabt. Oh. Ich dachte, hier wär's mal leer. Aber nein, das kann ja auch nicht immer sein. Oh Gott. Aus dem Fenster. Und Tschüss. Das Fenster hat doch immer so eine magische Anziehungskraft für diese blöden... Oh. Oh. Boah. Das war... Warte mal, wir müssen... Wir müssen mal Sachen da reintun. Alle, die es noch gibt. Boah. Scheiße. Der darf die Kiste doch nicht so zerstören. Ja. Boah, hier gibt's aber auch... Boah, Alter. Wir brauchen unbedingt... Wassereimer haben wir weggepackt. Scheiße. Wassereimer, wo bist du? Ich seh hier nix. Ach, hier ist Wassereimer. Ach, du Scheiße. Wir müssen hier fliehen. Ach, wir brauchen überhaupt keinen Wassereimer. Tschüss. Uiuiuiuiui. Wir müssen erstmal Müll aussortieren. Weg. 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 Und die Pfeile haben wir natürlich glücklicherweise alle da reingepackt. Nicht. Wir brauchen übrigens auch eine Spit... Alter. Der macht ja eh... Der hat sich selbst verletzt. Vollidiot. Alter. Uah. Der ist doch echt nicht normal. Oh. Der macht sich ja selbst kaputt hier. Oh, 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 oh. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oha, jetzt gibt's ein Waldbrand hier. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich war nicht schuld. Der Golem ist 80. Ich wollte das Schweingrad attackieren. Aber das bringt echt... Das macht ihm echt gar nichts. Oh nein, der attackiert jetzt das Ding. Ach du Scheiße. Jetzt attackieren die sich gegenseitig. Wie blöd. Jetzt geht er auf den los. Der... Der Zombie auch. So, jetzt gehen wir mal auf beide los. Ach du Scheiße. Er hat wieder neue Energie bekommen. Oh nein, der hat wieder neue Energie bekommen. Oh nein, der hat wieder neue Energie bekommen. Oh nein, der hat wieder neue Energie bekommen. Ach du Scheiße. Geht's hier ab? Wo ist er? Was ist das? Du Scheiße. Wir sind voll. Warte mal. Das ist egal. Was ist das denn hier? Clay. Ach so, das hat er einfach nur abgebaut. Puh. Oh oh. Ah ja, jetzt geht der Turm ja kaputt. Was konnte man denn noch abgreifen? Rift Blade. Das ist gut. Das werden wir später mal gebrauchen. Ach du Kacke. Ja, das Ding ist ja... Gut. Der Metal Tower ist Geschichte. So, du musst auch noch dran glauben zur Feier des Tages. Oh, ein Bärenkopf. Wunderbar. Den können wir statt den... Ja, schönen Dank, du Arsch. Die Sachen brauchen wir eher nicht. Wir wollen den Bärenkopf. Gib mir den Bärenkopf. Ach hier, die Dinger sind in die Quere gekommen. Und es wird langsam morgen erst mal hier alles reinpacken, was hier noch geht. Was willst du denn? So, dann auch noch die Dinger einsammeln. Ja, wunderbar. Haben wir jetzt so viele schöne Sachen bekommen hier. Oh. Was will der denn? Jo, dankeschön. Und dankeschön. So, boah. Aber wir haben echt verdammt viele Sachen. Was ist das denn eigentlich alles hier? Das ist Spinnenaugen. Ach du Kacke. Hab ich wieder zwei Smaragde gefunden. Ja, hallo. Wunderbar. Alles einsortieren, was geht. So, daraus können wir... Ach, die waren ja auch daraus. 22 Smaragde. Wunderbar. Nee, die wollen wir eher nicht. Ach. Idiot hier, ey. So, Smaragde. Naja, die Pieces. Die anderen sammeln wir eher noch so. Ja, wunderbar. Haben wir das jetzt geschafft? Sonst noch irgendwelche interessanten Strukturen, die wir hier finden können. Wunderbar. Vor allem dieses Müllfleisch. Oh. Föhrpelt. Was kann man daraus machen? Nix. Hier kann man Rüstung draus machen, aber auch nur Schuhe. Ja, hier ist dieses... Ah, hier gibt es noch eine Struktur. Da. Ein Friedhof. Ah, mit Gräbern wieder. Genial. Da können meine Abonnenten ja wieder hier drauf. Also ihr, besser gesagt. Oh. Hier ist noch ein Abonnent von mir. Tut mir leid. Naja. Lustig. Ich wusste gar nicht, dass die da drauf liegen. Es wird ja gesagt, es soll sich irgendwas Geheimnisvolles um die Dinger befinden. Wenn ich mich nicht irre. Ectoplasm. Mal alles da lassen. Zack. Hier drunter irgendwie. Ne, ich denke nicht. So. Ja, dann haben wir noch einen Stack. Wunderbar. Hier ist auch ein Kaputter. Die möchte ich aber nicht umgehend erkunden. Ich glaube, die sind eher... ...haben eher schwaches Zeug. Gucken wir mal, was es hier so gibt. Hier weiter gibt es auch noch einen. Ah, hier ist ein Meteorit eingeschlagen. Was gibt es denn? Ach, das ist der Meteorit nur. Okay. Na, was soll's. Dann gehen wir halt hier rein. Aber am besten... Am besten weit hoch. Schade. Oh, oh, oh. Die Puckel. Oh, hier kommt... Ach, hallo. Wie geht's hier denn so? Alles bestens... Ja, nichts. Das sind nämlich meistens die... Das ist nämlich meistens die Sachen, die man hier rausbekommt. Und es ist scheiße, hier hochzulaufen. Man bekommt hier echt meistens nichts raus. Und wenn, dann nur so Kacksachen. Die besten Sachen befinden sich echt in... Ach du Scheiße. In solchen Burgen. Und hier ist... Oh, das ist glaube ich eine Burg, die wir noch nie erkundet haben. Zu der... Ach, ein Iglu. Jetzt können wir auch eben abgreifen. Da sind manchmal ganz lustige Sachen drin. Irgendwie sowas wie... Zack. Hier ist es... Ja, hier ist... Hier sind... Wunderbar. Ja, genau. Das sind... Da können wir uns ja eigentlich runterbauen. Guck mal, wir kommen sogar noch zu euch. Zack. Der eine ist Geschichte. So, der hier auch. Wir sind doch noch so nett und kommen hier runter. Das ist doch... Wunderbar für euch. Du Scheiße. Ne, ne, ne. Den mit dem müssen wir uns jetzt nicht anlegen. Denn der kann hier schön diespawn. Ja, und hier gibt es wieder eine Burg. Und noch eine daneben. Oder? Was ist das? Ne Burg, die wir noch nicht hatten. Ach du Kacke. Nice, Battle Tower. Oh, 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 oh. Was haben wir denn alles hier? Diese Burg habe ich ja noch nie gesehen. Das hier ist... Gerade mal gucken. Das ist Burg... 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 Dünnschis. Burg Dünnschis? Ich weiß die Burg Dünnschis da so. Nein, das ist nicht Burg... Dünnschis. Das ist ein toller Name übrigens. Das ist die, die Zander und Hexet... Zander und Hexet. Lol. Nein, Zander und Schaffel natürlich hatten. Inhexet. Natürlich, genau. Hier unten kam man irgendwie rein. Das ist... Da müssen wir unbedingt mal hin. Aber ich denke mal... Zur Feier des Tages machen wir jetzt noch den Eisbattle Tower. Und danach besichtigen wir diese Riesenburg. Keine Ahnung. Oh ne, der sonnt sich hier... Der sonnt sich im Schatten. Zack. Und wir lassen wirklich da, was wir nicht mehr brauchen. Danach gehe ich nach Hause. Und sortiere die Sachen wieder ein. Und kommen dann wieder hier hin zurück. Ähm... Wenn er halt so... Boah, hier gibt's gar nichts. Und ich bin so voll beladen gerade. Was echt übertrieben. Ne, ich glaub, das können wir echt nicht machen jetzt. Dann sehen wir das nächste Mal wieder. Die Folge ging grad 20 Minuten lang. Wunderbar, diese Burg. Auch ne lustige Einrichtung. Ach, es sind... Oh, es ist nur ein Block, das Ganze. Alter. Ui. Ich hör schon wieder hier diese Wither-Bewohner. Oder sind das die von der anderen Burg? Ne, die sind zu weit weg. Ja. Dann müssen wir hier auf jeden Fall defi... Ach gut, das sieht man ja so... Boah, ist die riesig. Da drin ist bestimmt noch so ein... Keine Ahnung, was das ist. Okay, wieder nach Hause zurückkehren. Und dann wieder hier hin zurückkehren. Das ist das Ziel. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dann und tschüss.